Was denn mach? Ja, was denn? Ja, mir als Knöpfe drücken kann ich nicht. So, guten Tag, mein Name ist Thorsten Fischbacher. Das ist mein neues Eigenheim, was ich Mitte Juli beziehen werde. Kommen Sie mal mit. Das wird mein Wohnzimmer. Das Schöne ist, hier wohnt man alleine, keiner stört einen, keiner trampelt einem auf den Kopf. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Die Küche, nehmen Sie. Hier ist auch überall Licht schon, ich brauch gar keine Lampen, das ist ja alles wunderbar. Komm ich mit hoch? Oder gehen Sie nach vorne? Gehen Sie nach vorne? Wann Sie schön? Das ist das Bad. Das ist das Bad. Hier war mein Freund Erich auf dem Klo. Hier gehen wir schnell wieder raus. Das wird mein Schlafzimmer. Gucken Sie. Wunderbar, das ist wunderbar. Ich freue mich schon auf die Zeit hier. Hier ist vor allen Dingen überall Licht, wie Sie sehen. Ich brauch quasi gar keinen. Sehen Sie? Der Herr Roth hat alle Glück. Das war mein Sohn. Ich freue mich, ich kann nur sagen, ich freue mich darauf, hier einzuziehen. Und wir werden viel Spaß hier haben. Dankeschön. Jetzt gucken wir uns jetzt an. Hier. Hier. Das ist verpackt. Ich bin froh, dass ich noch mal. Hier bin ich. Ich bin froh. Ja. Das war, ich war so. Das ist für mich. Und dann geht das, was ihr benutzt. Dann geht es mir in die Spielkontrolle. Ich bin froh, ich bin froh. Mach ich den Nachbarn an? Nein! Das ist ja toller anfangen dann. Ja. Ja, kannst du. Einer von den beiden. Da, die Mülltonnen, mein ich. Ja. Andersrum. Gut. Ist gut. Okay. Da, die Mülltonnen hat. Da, die Mülltonnen hat. Da, die Mülltonnen hat gehen. Stellen die Mülltonnen hat, nicht so gut. Das landst du dich auf Kurzenverein intermittent.